Musik Hallo liebe Leute, wir sind hier wieder bei Skytobio und wir sind hier letztes Mal stehen geblieben. Wir hatten gerade versucht, unsere Baumfarm hier zu machen und da ist direkt der nächste Baum schon gewachsen. Oh mein Gott! Ja, oh mein Gott, ja wir starten direkt hier. Ich gehe hier zu den Bäumen und wir bauen hier mal kurz ab. Ich habe mir letzte Folge... Oh, schade. Kurz bevor ich mich ausgelockt hatte, habe ich noch gesehen, dass hier ein Zeppling runtergekommen ist. Aber... Habe ich eingesammelt. Hast du eingesammelt? Gut, gut. Weil ich habe schon gedacht, wenn wir jetzt alle aufhören, dann haben wir den nicht mehr eingesammelt und beim nächsten Join... Kaputt! Oh mein Gott! Ähm... Ups. Äh, dann muss ich mich hochstecken, das ist ja schon ärgerlosch. Oh, der fleißige Pedimenten baut schon eine Straße. Wer baut eine Straße? Ich baue für den Baum, so ein Unterfallplatz. Ähm, ich würde erstmal sagen, wir bauen uns als erstes zu unserem, ähm... So, was weiß ich? Äh, was haltet ihr davon, wenn wir als erstes Richtung, ähm, Tierinsel gehen und versuchen uns die Tiere rüberzuholen, dass wir eine Zucht herstellen können? Oder was wollen wir als erstes versuchen zu essen? Oder wollen wir als erstes zu der... Nee, ich weiß, wir wollen... Wir müssen als erstes zur, äh, Wasserinsel, damit wir eine unendliche Wasserquelle kriegen. Das ist die da hinten. Ähm, wenn ihr jetzt mal... Kann nicht jeder in eine verschiedene Richtung gehen? Äh, nee, das kostet zu viel... Das kostet zu viel Rohstoffe, glaube ich. Das kostet zu viel, das kann man nicht leiden. Das kostet zumindest, äh, dass wir zwei geteilt das machen. Warte mal, warte mal. Eine und die anderen zwei sich in die andere... Ähm, warte mal. Haben wir genügend, ähm, Cobblestone, dass ich mal einen Ofen bauen kann, um ein paar Fackeln herzustellen? Ja, das ist doch... Ofen haben wir schon. Wo ist der Ofen? Ach so, da. Ja, ich sehe ihn. Ähm, ich mach mal kurz... Ein paar Fackeln. Ein paar Fackeln, Fackeli, Fackeli. Fackeli, Fackeli. Wir haben einen Akazien, der Zwing. Ja? Ähm, warte, ich baue gleich direkt hier weiter meine, äh, Baumfarm. Die baue ich gleich weiter. Warte, was haben wir hier eigentlich noch für einen Scheiß? Ich baue mich schon mal rüber. So, wir haben zwei Holz. So, Mann. Hm? Welche Richtung soll ich mich bauen? Also, ich mach... Ähm, ich würde erstmal sagen, Richtung... Ich hab uns erstmal acht Fackeln gemacht, die packe ich hier schon direkt rein. Damit wir die parat haben. Ähm, wie wär's, wenn wir als erstes zu der Wasserinsel gehen, um wirklich eine unendliche Wasserquelle zu machen, dass wir uns, äh, mit dem Wasser nach unten lassen können. Und wenn wir dann zur Sandinsel gehen, dass wir, äh, da drunter eine Ebene bauen und dann einer sich oben hinstellt und dann fällt ja alles runter. Ähm, Tropenbombsetzling hab ich jetzt auch schon wieder gekriegt hier. Baue ich mal kurz schnell hoch mit, ähm, unserem Knochenmehl. So, ähm... Ja, Mann, was ist los? Ja, brauchen wir das denn so dringend? Was brauchen wir dringend? Wasser? Ja, extrem dringend. Sand, du meinst doch... Äh, nee, da ist, äh, Milonen. Milonen sind da drin. Milonen und die Fahrt zur Hölle. Dann tauchen wir hier alle mit Peitsche auf und wir gehen in die Hölle, Hölle. Hölle, Hölle. Hölle, Hölle. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Ja, da geht die Geschichte ins Nächte, nicht in die Hölle. Ja, da geht die Geschichte ins Nächte. Ja, da geht die Hölle. Mein Gott, meine Stor. Frau, wie hoch dieser Trombomber nur gewachsen ist und das ist niemand Vierer gewesen. Das war der Dicke. Die Dicke. Die Dicke. Hast du mich gerade fett genannt? So hieß das. Ja, also. Ja, also. Du bist so viel, aber danke dir. Ich mach das alles zu selbst, ne? Ja, na klar. Das ist eigentlich der effektivste Weg zu bauen, wenn wir einen Weg machen müssen. Also ich muss jetzt auch erstmal essen hier. Okay. Bei mir geht's eigentlich... Ich bau einfach mal weiter Kabel ab. Jo, klar. Mach mal. Leute, macht mir mal bitte noch eine Steinspitze oder so. Ähm, ja, warte. Ich hab ein paar... Ähm. Geh mir mal zwei Sticks. Oder so. Jo, warte. Vier. Zwei oder vier oder wie auch. Bitte. Ich hab nämlich noch ein paar übrig wegen meiner Axt eben. Achso, das ist gut. Ich mach uns diese Folge mal einfach Kabel. Okay. Also wenn ihr was daneben wollt, ich verlinke euch die anderen beiden in der Beschreibung. Cool, ja. Das machen wir natürlich auch, weil wir so nett sind. Ähm. Wahrscheinlich vergesse ich es eh, aber hey. Der YouTube-Tumor kuriert rum. Wir sprechen alle dumm. Wo baust du dich eigentlich hin, Patrick? Keine Ahnung. Aber du baust dich jetzt erstmal zu diesen, ähm, äh, du baust dich zu den Erdinseln, wo der Eisenblock versteckt ist. Ach, das hab ich gar nicht gesagt. Überraschung. Wir haben nämlich einen Eisenblock, äh, reingesetzt, den ihr, den wir finden müssen. Und keiner von uns weiß, wo er ist, denn wir haben das extra einen unabhängigen Typen bauen lassen, der ja aber nicht mitspielt. Und, ähm, weiß ich nicht, ob der mal irgendwie zu einer Gastfolge dabei sein darf, weil er ja uns ja einen kleinen Dienst erwiesen hat. Ähm, aber ich denke, der ist nicht dabei. Erweist er dir öfters kleinere Dienste? Oh, das weißt du gar nicht. Nein, natürlich nicht. Ähm, es wird wieder Nacht. Ich hab ne richtig geile Idee, ich setz sie jetzt vor, äh, vor das Ding, so ein Schild hin, Route 1. Äh, Leute, ich würd mal sagen, wir gehen schlafen, oder? Warte, ich muss den Weg noch ausleuchten, nicht, dass uns die Monsters bohren. Ja, äh, ich muss gleich auch zur Mobfarm ein bisschen was rein, äh, zur, äh, Baumfarm, sonst spawnst du auch ordentlich Monster, das wär natürlich richtig bitter. Okay, es geht wieder los hier, wir sind hier direkt wieder am Start. Wer hat hier eigentlich diese Fackel hingesetzt eben noch? Das war wahrscheinlich der liebe Intective Gaming PC alias PATRICK! Ja. 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 Ähm, bbbbb. Ja, ich muss jetzt hier mal so ein bisschen Half-Steps wieder machen. Ich hab wieder ein paar verbaut. Söööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Wir sollen uns hochbauen und dann mit Wasser runterlassen zur Meloneninsel. Obwohl, der Sand ist ja eigentlich recht unwichtig. Brauchen wir Sand überhaupt? Okay. Sonst können wir uns den ja wünschen, damit wir schnell an Essen kommen. Oh, hat mich jemand drunter geschubst? Was? Ah? Ah? Hey Leute, ganz ehrlich, crazy. Wo ist der Erdblock hin, wo ich drunter, wo ich drauf stand? Hat mir den jemand unter den Füßen weggeklaut hier? Hä? Nein. Hä? Was? Ich bin hier ein Kabelabau. Hm? Ist das Stück Mensch? Was kann das sein? Ah, ich sehe ein Creeper. Ich sehe ein Creeper und ich habe kein Schwer dabei. Oh ja, das ist scheiße. Ja, Leute, ganz ehrlich, wir müssen uns jetzt mal schnell ein paar Schwerter machen, ne? Sonst verkacken wir hier wohl. Ich hab noch einen Bogen. Woher hab ich einen Bruchstern? Eins, zwei, drei, zack. Eins, zwei, zack. Eins, zwei, zack. Oh, drei. Hier muss wieder ein zähn und hier. So, ich hab... Bam, war das ganze Schöner. Hast du noch drei Kabelnuss? Drei? Ich kann einen solchen Stack geben. Ja, gut. Was wirklich... Ah, ihr habt den Karpiston-Generator ja so gebaut, dass nichts in die Lava fällt durch das Wasser, ne? Ja, in der Schick. Da fällt die ganze Zeit was in die Lava. Ja? In der Theorie, ja, praktisch nahe. Wie hier das jetzt, da kannst du noch zuwerfen. Äh, Leute. Alter, hier fallen grad acht hintereinander in die Lava, das pisst mich an. Ja, das pisst sich an und macht das geil. Nein. Ähm, ganz ehrlich, guckt euch mal an. Durch ein Baum, Fichte, habe ich hier die ganzen Dinger wieder neu gekriegt hier. Ah, da oben ist ein Tropenholz. Ja. Alter, ich... Hat jemand noch einen anderen Tropenholzbaum hier zufällig versteckt? Akazie. Akazie kann ich auch mal wieder anpflanzen. Dann haben wir alles. Ich hab ja noch einen Sitzling. Ich hab ja noch einen Sitzling. Mir hört ja keiner zu. Ja, okay, komm. Ja, mein Schwert. Waaah. Hä, wieso? Das brauch ich doch nicht, oder? Ja, später brauchst du immer. Okay. Also spätestens irgendwann später brauchst du es. Ja, naja, gut. Alter, kann man das nicht irgendwie so machen, dass es besser funktioniert hier, dass jeder zweite in die Lava fliegt? Ähm, ja, dafür haben wir ja den Eisenblock ins Spiel gebracht, direkt am Anfang, aber dafür müssen wir den finden und dann können wir Trichter bauen. Ja. Ach, geht ein Trichter dann besser, oder was? Dann geht jedes Item, was über dem Trichter ist, sofort in den Trichter rein. Das heißt so praktisch. Ja, und wenn das dann halt Spawn durchs Abbau ist, ist es sofort drin, richtig cool. Oh, das war jetzt bitter. Da hab ich fünf, äh, nee, äh, vier, ähm, Knochenmehl verbraucht und hab dafür nur einen Baum gekriegt, der irgendwie drei oder vier Blöcke hoch war. Das ist doch bitter, das ist doch ganz schlimm. So, ich hab jetzt wieder zwei Stacks und vier, äh, Half, äh, also Slabs, meine ich. Jo, gut, ähm, ich baue hier erstmal jetzt schön weiter, damit wir gleich, äh, mal versuchen können, vielleicht einen fetten Tropenbaum zu machen. Aber ich denke, da haben wir kein Glück, Tropenbaum, äh, fällt ganz wenig raus, hab ich das Gefühl, kann auch sein. Alter, Dorfbewohner. Ja. Dorfbewohner, wie? Ich kann ja in meinem Dorf sein, habt ihr euch schon rübergebaut zum Dorf? Ja. Also nicht vollständig. So, meine Aufnahme wurde gerade gestoppt, äh, ich wäre dadurch fast runtergefallen. Oh, das ist Scheibe. Oh, wie konnte das nur passieren, wie konnte das nur passieren, der arme Tobi stoppt einfach seine Aufnahme und fällt fast runter, der Opfer. Ah, äh, das, ne? Oh, ich werde mir den Scheiben dazu sagen. Müsste man das nicht das sagen? Ich bin dumm. Natürlich bist du dumm. Oh, was? Das eine ist mal was... Hä? Was, was, was wollte ich gerade sagen? Ich wollte gerade irgendwie entgegnen und sagen, aber mir ist gerade echt nichts eingefallen. Was? Ich sehe Tiere und Dorfbewohner. Wir brauchen erstmal nur unendliche Wasserquellen, bevor wir ein Weizen, äh, ein Feld... Ganz genau. Meine Rede, meine Rede. Scheiße, Alter. Ich geh da mal wieder. Man kann mich da fahren. Leute, ihr farmt so oft hier. Ich farm hier nur diese scheiß verkackten Bäume hier. Ja, Bäume sind auch wichtig. Deswegen sind wir gut und du bist echt so. Zack, 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 zack. Benutzen wir mal schnell unser Makro, um hier die ganzen, äh, Dinger hier voll zu machen. Und sehr schön, ähm, Dings. Ich weiß nicht, was das heißt, Leute. Ich bin zu doof. Ah! Ich würde sagen, wir bauen hier, ich baue hier gleich direkt schon mal rum, aber ich will jetzt auch hier einmal kurz gucken, was ihr hier gebaut habt für eine Route. Sucht da schon wer nach dem Eisenblock oder wollen wir es erstmal lassen mit dem Suchen? Wow, Alter, ich bin auch fast hier gerade runtergefallen. Scheiße, Mann. Scheiße, Scheiße. Ich würde aber aufpassen, dass wir da nicht den Monstern eine Route bauen, um zu den Dorfbewohnern zu gelangen, weil das sind unsere einzigen Dorfbewohner. Da haben wir erstmal keine Chance, sie zurückzuholen, wenn sie sterben. Ja, um uns kurz zu fassen. Laber, 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 sie werden sterben. Einen Daumen hoch, weil der Witz verstanden hat. Patrick, du hast verstanden, oder? Äh, vielleicht wiss. Also mit diesem... Also von wegen, als die Dorfbewohner, äh, erwähnt wurden, und das sind die einzigen, äh, die wir haben. Ja. Warum machen die jetzt eigentlich seit neuestem immer diese komischen, ähm, Java-Geräusche aus Star Wars? Ich glaube, das liegt am Text-Shot-Pack. Oder eher am Resource-Pack, wäre da eher die Treffende bezeichnet. In unserem Fall die Vorordnung. Ja. Seid ihr sicher, weil, das wäre ja ein bisschen Scheibe, ne? In meinem Fall die Vorordnung. Willkommen in Alabastia. Äh, wer guckt One Piece von euch? Das ist nicht aus, ne? One Piece, One Piece heißt das Alabaster. Oh, ja, ich, 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 ich hab, ähm, ich hab schon lange nicht mehr geguckt. Äh. Ja, weil, gegen Route 1 und Alabastia, ne? Ähm, richtig cool, ich mag das richtig. Jedes Mal, wenn ich die Brücke entlang hier spiele ich Route 1 Team, so eingeblendet ins Cut, durchs Cutting. Boah, du bist du schon drüben? Ja. Ja. Ähm, so, ich baue hier jetzt mal kurz so eine kleine Schottsareale hier. Guck mal, ich hab hier so ein, Alter, komm mal. Ich hab uns hier so ein, boah, meine Fresse. Oh, ja. Ich hab uns hier so ein Einstieg gebaut, äh, das heißt, die können da normal nicht durch, weil die dafür springen müssten. Und wir können dafür aber hier hinten rumlangen. Na, wenn du das sagst. Hat, hab, habt ihr eigentlich den, ähm, Akazien hier komplett abgebaut, weil irgendwie fällt da nichts, äh, fallen die, ähm, Blätter nicht zurück und gehen nicht zurück und dann fällt auch nichts runter. Leute, es wird langsam echt kritisch mit den Kuchen. Ihr müsst mal dafür sorgen, dass wir zur unendlichen Wasserquelle kommen. Ich hab hier Schweine. Ähm, sonst wird's gleich echt... Wo, wo ist denn die unendliche Wasserquelle? Es gibt keine unendliche Wasserquelle, du hast... Oder wo ist die nächste? Ähm, du siehst doch da oben hier, da, wo das weiße Zeug drauf ist. Warum auf der Insel? Ich weiß jetzt nicht, was das für ein weißes Zeug ist. Alter, ganz klar, um so Bescheid zu reden. Mir geht hier richtig, mir geht hier richtig die Pumpe, wenn du so redest. Ja, ich weiß, ich auch. Ich krieg langsam echt Halsschmerzen davon. Oh, da ist was runtergefahren. Okay, wo ist das weiße Zeug? Genau, da fällt ganz viel Wasser runter. Da hab ich Wasser hingesetzt. Sozusagen, dass wir mehrere Wassereimer voll machen können. Denn, ähm, ich hab auch noch einen Lava-Eimer, wie ihr, glaub ich, vielleicht sehen könntet. Leute, der Pate ist zu Ende. Wie, der Pate ist zu Ende? Nein, der Pate ist noch nicht zu Ende. Ich hab einen Thermer gestellt. Ja, oder erst einen Ball zu Ende. Ja, erst Ball zu Ende. Noch 40 Sekunden. 40 Sekunden. Da, da, da. Mich hättest du runtergezählt, ich hätte dich geschlagen. 40. 39. 38. Achterndrafer. Ich komm gleich drüber und schlag dich. Also, also. Hä? Ah! Ah, du kleiner Sadisto. Wirst du mal fliegst, du? Verstehst? Fliegst du? Ja, ja, ja. Ich hab's schon verstanden. Ich bin nicht so doof. War zumindest nicht so doof, dass ich hier diesen Witz nicht verstanden hätte. Oder diese Androhung. Das lassen wir mal hingestellt. Oh mein Gott. Gleich fängt an hier dieser Timer laut zu werden von meinem Timer. Was ist da, was ist da, was ist das? Äh, Leute, die Folge müssen wir zuenden, äh, beenden, zuenden. Denn, äh, ja, wir haben's gleich zu Ende. Leute? Wir müssen uns wieder zusammenstellen und beenden. Patrick, komm her, Cliffhanger. Brandon. Was? Ich bin weit weg. Wir müssen jetzt beenden. Vylon. Ja? Geh hier oben drauf, dann haben wir uns alle hier drauf. Dann hab ich euch alle hier im Bild, weil Patrick da oben steht. Okay. Oh, ich komm. Ah! Nein! Ja! Ja, er fängt! Ich find diesen Bug so scheiße, dass die immer sich runterbaggen, die scheiß Slabs, Alter, ohne Witz. Ja, jetzt kann ich auch kommen. Ja, okay. Ähm, ja, also ich würd mal sagen, du musst die nächste Folge aussetzen, ne? Nein, Scherz. Ähm, für die Anfangsfolge würde ich sagen, lass mal das. Und, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Tschüss!